Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wretched and Clang. Mit mir Zyvex und in der letzten Folge haben wir alles auf dem wunderbaren Eisplaneten geschafft. Zum Beispiel wissen wir wo Drake Mr. Bösewicht hin ist oder wo seine Moon Basis sich befindet. Außerdem haben wir ein Upgrade für Klänge halten, wodurch wir in Wasser schneller durchs Beaten können und auch gegen Strom ankämpfen können. Also mal gegen den Strom schwimmen und können nun uns endlich auf einem neuen Planeten, zu einem neuen Planeten begeben. So. Ha. So war das. Also ab ins kleine Schiffchen und dann geht es weiter. Ne? Mal gucken. Ich bin gespannt auf so eine Gemlik Basis im Altanis Orbit. Oh yeah. Dann wollen wir mal loslegen. Die Basis erkunden. Alles klar. Ich denke, das ist machbar. Ne? Ja. Finde ich auch. Cool. Hui. Auf, auf. Fliegen wir. Geschwind. Es ist Zeit, deine neue Aufgabe zu beginnen. Ah. Ein paar Fotos zusammen mit ihrem neuen Shuttle. Ne tolle Idee. Du bist wirklich ein Vollidiot. Was? Du sollst der Shuttle zum Mondbasis fliegen und dort den beiden Spinnern auflauern. Ja, genau. Wer war das nochmal? Ah, die beiden. Oh, natürlich. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich bin... Zu feige für Bodeneinsätze? Stimmt. Und deshalb leih ich dir auch meinen Weltraumjäger. Fliegen kannst du doch noch, oder? Dann ist ja alles klar. Du bekommst den Raumjäger, wenn du den Mond erreichst. Wenn du das hier verboxt, dann kannst du den Vertrag vergessen. Dann bin ich doch ruiniert. Das wagen sie nicht. Hahaha. Wetten. Oh je. Da wollen uns beides, äh, zwei Leute wohl tot sehen. Das wollen wir nicht. Aber erstmals zur Basis. Guten Tag. Gibt's hier Action? Hallo. 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 Hallo, hallo. Ich hab Drax's Schiff nicht gesehen. Wir haben ihn verpasst. Ah, wer weiß, wo Quark jetzt ist. Um die beiden zu kriegen, brauchen wir ein schnelleres Schiff. Vielleicht hat diese Raumstation ein brauchbares Schiff. Naja, wo wir schon mal hier sind, schauen wir uns mal um. Alles klar. Die Suche nach einem Schiff beginnt. Karte. Karte, Karte sagt, ein Ziel. Okay. Okay, das ist machbar. Hallo, hallo Punkte. Ich brauche, glaube ich, ich brauche wohl so viel Geld, dass es so unglaublich ist. Wunderbar. Kann man was kaufen bei ihnen? Kann man. Oh, kann man. Ja. Ich hab heute ein paar tolle Sonderangebote. Da war ja was. Der Hieb und der Köderhandschuh. Eine Schönheit. Hieb, der schlagt ein. Ja, das tut er. Und der Köder, Köderhandschuh, verwirre Gegner mit diesem tauschend echten Kö-Kö-Kö-Kö-Koder. Da steht Koder. Eine gute Abwehrdrohne. Nen. Handschuh, umgib dich mit einem Abwehrroboter-Schild. Ja, ich glaube, der war ganz gut. Oh yeah. Yay. Yay. Oh ja, das sieht nett aus. Äh. Da ist ein Elbgründ. Warum ist hier da ein Elbgründ? Wie ist hier da was von? Ich... Ist vielleicht was auf der anderen Seite. Hallo? Oh, das ist das Geld. Ich habe näher nach einem goldenen Bolt gesucht. Wie hießen sie? Oh, oh, das war so früh. Hui. Gleich so früh am Morgen. Diese pulsierenden Türme steuern die Kraftfelder. Um sie alle zu zerstören, brauchst du einen Verwüster oder einen Visibombenwerfer. Verwüsterware. Verwüsterware. Das ist der. Oder Bombenhandschuh. Okay. Das wird machbar sein. Oh, oh. Letztergegner. Ich mache euch alle mit meinem Flammenwerfer des Todes. Ich habe doch die Kisten hier gesehen. Ich wusste es doch. Juhu. Ah ne, hier. Nimm alle Kisten mit. Nö. Wir wollen ja nichts auslassen. Oh nein. Noch mehr Kisten. Doof über Kisten. So. Dann wäre das erledigt. Oh, äh. Hallo. Was geht ab? Geht hier eben. Oh. 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 War das dieses Ding hier? Bam. Ja. Okay. Okay. Sieht gut aus. Oh, ich habe einen Flammenwerfer. Stellt euch, äh. Hinten an. Ich werde euch erste fennig den. Kommt ihr zu mir? Oh, ihr kommt gerade zu mir. Nee, nee. Dann kommen die anderen nicht mehr zu mir. Okay. Juhu. Tschüss, Mann. War nicht schön, sie kennenzulernen. Pew, pew. Pew, pew, pew. Äh. M, 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 M. B, 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 B. Upsch. Geht das? Oh. Äh. Welche? Aua. Oh, das tut sogar weh. Oh, 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 nee. Äh. Finde ich jetzt nicht gut. Gleich hoch. Hallo. Hallo. Wer für Bomben? Oh, ja. Kein Traum. Warten, 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 warten. Nachdenken. Ihr musst jedoch diesen Turm zerstören. So war das doch. Dadurch kann ich nicht schießen. Okay. Aber hier sollte ich diesen Turm noch treffen können. Ja. Hab ich. Okay. Okay, okidoki. Äh, hallo? Oh. 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 Junge. Was schießen sie hier so? Ich, 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 ist sie gefährlich. Sie könnten noch jemanden verletzen. Wir wollen doch keinen verletzen hier. Wo kommen wir denn dahin? Sind wir etwa Feinde? Hallo? Hallo? Kann ich's benutzen? Nee, ist kaputt. Oh. 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 Bibi. Nee. Falsche Taste. Geräte. Wir wollen mal wieder ein bisschen hacken. Würde ich behaupten. Oder wollen. Ja, wir müssen. Wir müssen ein bisschen hacken. Hallo, Hackie. Hackie. Äh. Hackie nicht da? Da könnte schon er sein. Und hier gibt es dann... Das. Nee. Das war doof. Auch nicht klug. Äh. Ha. Geht doch. Geht doch. Oh. Das ist so einer. Äh. Nicht mit mir. Ich laufe hier oben lang. Aha. Juhu. Flamme. Ii. So. Äh. Oh Gott. Dead guy. Bäm. So. Erledigt. Erledigt. Ich habe dich voll krass erledigt, man. Oh Gott. Nee. Und ein... Eine weitere Tür ist um den Weg. Alles klar. Aber das sollte ein weiteres... Kleines Problemchen. Problemchen. Äh. Oh. So. Sieht gut aus. Jep. Alles klar. Kein Problem. Das ging... Oh. Äh. Warum ist hier so eine offene Fläche? Warum befindet sich hier so eine offene Fläche? Scheiße. So. Safety Robots. Hi. Man. Ach man. Hätte da runter springen können. Nur gut. In den Roboterien ging das auch. Bup. Bup. Hi. Ihr könnt uns... Ihr könnt mich nicht sehen. Hihi. Hihihihihihi. Hihihihi. Okay. Dann wäre das auch erledigt. Oh yeah. Was erwartet uns nun? Oh. Noch... Noch mehr von denen. Das war... Einer der weniger klügeren Ideen, die ich heute hatte. So. Nun. das topf ist vielleicht auch noch kann man da hoch das ist gut auch man sich ein weniger kaufen verkaufen ist toll um für mich da wir brauchen wie ein bieger in eurem wunderbarer kiel modus schön schön und ist es Böse Schiff hier. Böse. Sind sie böse? Ha, getroffen. Hilfe. Nee, Junge. Was war? Schießen sie doch nicht auf mich. Zwei Schüsse. Oh, nicht Klärchen. Pupierchen. Oh, oh. Oh, nee. Präventivschläge des Todes. Wow, wenn die angefangen hätten zu schießen, das wäre nicht freundlich gewesen. Nein, nein. So ganz und gar nicht. Die Dinger, die gehen ja auch in die Luft, ne? War das das? Hallo? Pupi, pupi, pupi. Ach, hier, Reichweite. Ich vergaß. Da war was. Treff ich sie? Treff ich sie, Mäste? Nee? Von hier aber. Danke. Oh, nee. Ich trau diesen Dingern überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und nochmal überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Danke. Danke, danke. Ich glaube, die wollen uns tot sehen. So langsam holen die alle ihre schweren Geschütze raus. Die sind doch nur so klein. Oh. Hallo Tür. Warum gehst du auf? Oh gut, da ist nix. Da ist nix. Halte Gefahren, Alarm, Meldung, Sphinxie. Und wir haben ja volle Energie. Dann schauen wir geschwind, was sonst noch hier im wunderbaren Weltraum sich hier bewegen gibt. Hallo? Hallo, ich sie ihm. Oh. Hast du? Hast du? Nur ihr seid's. Ihr seid's. Also, ich kenne euch doch. Ich habe euch schon mal gesehen. Oh, nee. Böse. Das ist Lava. Böse grüne Lava. Die kennt man doch. Das ist keine Säure. Das ist böse grüne Lava. Die ist heißer als schwarze. Schwarze? Rote? Lilande? Ich bin nicht farbblind. Ich kann noch Farben erkennen. Das hier ist definitiv rosa. Oh, man. Oh, man. What geht ab? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Ein ganz bisschen. Ein kleines Stück. Röber, 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 röber. Ich glaube, die wollen uns echt tot sehen. Aber ich würde sagen. Oh, der Fick ist noch so lang. Tritt ist nicht gut. Wissen Sie, dass der Weg... Schwingdinger. Und dann gleich Gegner. Na, der ist ja geil. Nicht mit mir. Kommt schon, kleine Leute. Kommt schon, kleine Leute. Kommt schon, kleine Leute. Oh, danke, kleine Leute. Und einer ist da. Oh, yeah. Kleine Leute waren super. Kleine Leute waren mega. Kleine Leute waren... Oh, jetzt wird's orange. Oh, nee. Oh, nee. Das hier nicht gehört. Nee, nee, nee. Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Gewe-Widget und Klenk versuchen, da durchzukommen. Alles klar, ich bin Sarbex und ich bin nun raus. Ciao.